Seit mehreren Jahren setzt sich die Hochschulgruppe Break the Bloody Tabu für kostenlose Menstruationsprodukte auf dem Göttinger Campus ein. Und das mit Erfolg. So sind mittlerweile auf allen Campi der Uni Spender mit kostenlosen Produkten zu finden. Um die Versorgung menstruierender Personen mit allem Notwendigen sicherzustellen, gibt es eine Karte auf der Webseite des Projektes, auf der alle Spenderorte verzeichnet sind. Die Ziele der Hochschulgruppe sind Zugang zu Bildung, soziale Teilhabe und die Entstigmatisierung des Themas. So sollen kostenlose Menstruationsprodukte nicht nur finanziell und psychisch entlasten, sondern auch einen bedeutenden Schritt zur Überwindung des Tabus aufstellen.